Heute ist ein großer Tag für die Krypto-Community, denn in den USA wird erstmals ein Futures-basierter Bitcoin-ETF an der New Yorker Börse gehandelt werden. Und warum das so wichtig für den Kryptomarkt ist und für den Bitcoin insbesondere und was Anleger sonst noch erwarten können, genau dieses Thema schauen wir uns heute im aktuellen Video gleich näher an. Ja, herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal Krypto-Report. Mein Name ist Alexander Mittermar-Bonski, es wird mir um die Themen Bitcoin und Co. einfach erklärt. Ja, ich hatte eigentlich für heute ein Video zu KOTI angekündigt, also dieses Krypto-Projekt aus Israel. Und das kommt auch versprochen am kommenden Donnerstag. Aber aus aktuellem Anlass haben wir dieses Bitcoin-ETF-Thema reingenommen, weil ich denke, dass es viele Leute interessiert. Und ihr wisst ja, wenn ihr meinen Kanal abonniert und das Körgchen drückt, dann verpasst ihr kein aktuelles Video mehr. Worum geht es jetzt? Also Bitcoin-ETF, ein ETF heißt ja Exchange Traded Fund und das ist nichts anderes als ein börsengehandelter Fonds, der in Bitcoin investiert. Aber hier kommt schon der erste Haken. Dabei handelt es sich um einen Futures-basierten Bitcoin-ETF vom ProShares, der heute an der New Yorker Börse gelistet wird. Und das bedeutet, dass dieser Bitcoin-ETF eben nicht direkt in Bitcoin über den Spotmarkt investiert, sondern nur über Terminkontrakte, also Futures. Und das hat Vor- und Nachteile. Und ein Nachteil ist, dass hier zusätzliche Kosten für den Anleger zukommen. Denn ich habe es hier mit relativ vielen Zwischenhändlern zu tun. Also zum einen natürlich die CME, also die Chicago Mercantile Exchange. Das ist die weltgrößte Optionsbörse, die diese Terminkontrakte handelt. Dazu kommen noch Wirtschaftsbriefer, Clearinghäuser und so weiter, die alle die Hand aufhalten und sozusagen hier mitverdienen. Und diese Kosten trägt natürlich der Anleger, der solche Futures-basierten Bitcoin-ETFs kauft, natürlich mit. Ein weiterer Nachteil ist, dass diese Futures-basierten Bitcoin-ETFs eben nicht genau den Spotpreis nachbilden, sondern das sind im Prinzip Erwartungen auf den künftigen Bitcoin-Preis. Also es werden hier quasi Zukunftserwartungen gehandelt. Und das heißt, dass diese Futures-basierten ETFs eben nicht diesen Spotmarktpreis genau abbilden. Heißt, wenn wir es hier mit einem Bull-Markt zu tun haben, also wenn die Preise stark steigen, dann kann es durchaus sein, dass ich als Anleger dann einen Aufschlag, ein Premium bezahlen muss auf meinen Terminkontrakt und das Ganze dann teurer wird. Und im Umkehrschluss ist es natürlich auch so oder kann es so sein, dass wenn ich es hier mit einem Bärmarkt dann zu tun habe, also wenn die Preise stark fallen sollten, dass die Preise am Futures-Markt sogar noch niedriger liegen als am Spotmarkt, weil eben vielleicht viele Anleger von noch weiter fallenden Kursen ausgehen. Und genau das reflektiert eben dieser Futures-Preis wieder. Und das müssen Anleger hier auf jeden Fall beachten. Was bei diesen Kosten noch dazukommt, sind diese sogenannten Roll-Over-Kosten. Denn diese Futures bzw. Terminkontrakte haben in der Regel eine fixe Laufzeit, laufen in der Regel am Monatsende aus. Und das bedeutet, wenn ich hier länger am Markt aktiv sein möchte, dann muss ich unter Umständen aus diesem Kontrakt herausgehen und dann quasi in einem Terminkontrakt mit einer längeren Laufzeit eine neue Position aufbauen. Und da kommen eben diese Roll-Over-Kosten zum Tragen, die natürlich irgendwo an mir hängen bleiben. Außerdem habe ich es hier mit Contango zu tun. Ich wende hier mal die Grafik dazu ein. Und das sind im Prinzip Aufpreise, die ich zahlen muss für eine längere Laufzeit. Denn diese Terminkontrakte spiegeln ja die Zukunftserwartungen der Anleger wieder. Und das bedeutet, je kürzer die Laufzeit des Terminkontrakts, desto näher liegt dieser Futures-Preis auch am Kassamarkt, also am Spotmarkt. Und je länger die Laufzeit, desto tendenziell höher ist dieser Preis für diesen Terminkontrakt. Und das kann bedeuten, wenn ich hier eine längere Laufzeit wähle, muss ich hier einen höheren Preis zahlen. Und wenn sich dann der Bitcoin eben nicht in die gewünschte Richtung entwickelt, eben fällt, deutlich fällt, dann mache ich hier unter Umständen sogar einen höheren Verlust, als wie wenn ich jetzt direkt in den Bitcoin investiert hätte. Und das muss ich auf jeden Fall auch noch beachten. Aber das Ganze hat nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile. Und das sehen wir uns gleich noch näher an. Zunächst ein kurzer Blick auf den Bitcoin-Chart, denn am vergangenen Wochenende ging es ja deutlich über die Marke von 60.000 Dollar. Und wie es momentan mit dem Bitcoin aussieht, das schauen wir uns jetzt auf meinem Bildschirm an. So, wir sehen hier den Bitcoin-Chart in US-Dollar. Die Preise kommen von der Kryptobörse Bitstamp. Und heute ist der 19. Oktober am Dienstagvormittag. Und wir sehen den Bitcoin-Kurs etwas freundlicher heute bei 62.150 US-Dollar, nachdem der Bitcoin über das Wochenende deutlich über die Marke von 60.000 Dollar gestiegen war, nachdem durchgesickert war, dass die US-Börsenaufsicht SEC wohl den ersten Futures-basierten Bitcoin-ETF genehmigen wird in den USA. Und das hat den Bitcoin-Kurs zuletzt beflügelt. Und jetzt ist natürlich die Frage, sind diese Bitcoin-ETF-News jetzt bereits im Kurs eingepreist, wie zum Beispiel CNBC-Frontmann Jim Kramer glaubt? Oder haben Mike Novogratz und Roel Pal recht, die glauben, dass diese Bitcoin-Rally erst am Anfang steht? Und dafür schauen wir uns jetzt die einzelnen Indikatoren genau an. Der Trendfolger-Indikator MACD hat am 30. September ein Bullish-Crossover geliefert. Das haben wir auch im letzten Bitcoin-Video besprochen. Und damit ist dieses Signal immer noch intakt. Und der MACD deutet damit weiter steigende Preise an. Also es würde erst zu einer Trendumkehr kommen, wenn wir ein Bearish-Crossover bekommen würden. Das war Mitte August der Fall, als diese türkise Linie, diese orange Linie, der wieder von oben nach unten durchbrochen hat. Oder auch zum Beispiel Ende Februar. Dann würde ich hier wieder eine Konsolidierung erwarten. Aber davon ist momentan noch nichts zu sehen. Und zwar, obwohl der RSI, der relative Stärke-Index, bereits eine überkaufte Situation andeutet. Also alles, was über 70 ist, deutet auf eine überkaufte Situation hin. Und das ist eigentlich ein ähnliches Szenario, das wir Ende Juli gesehen haben, als der Bitcoin ebenfalls binnen kurzer Zeit stark gestiegen war. Und auch diese überkaufte Situation wurde dann in einer wochenlangen Konsolidierung abgebaut. Und erst Ende September haben wir dann wieder steigende Kurse beim Bitcoin gesehen. Also momentan ist der Bitcoin leicht überkauft. Das On-Balance-Volumen-OBV ist hier nach wie vor leicht im Aufwärtstrend. Und das sagt uns, dass die institutionellen Anleger tendenziell auf der Kaufseite unterwegs sind, wenngleich das Volumen nicht ganz so hoch ist wie Anfang 2021, als wir ein deutlich höheres Kaufvolumen gesehen haben. Also momentan die Kerzen etwas niedriger, die grünen Kerzen. Und das heißt, dass die Großanleger momentan nur in Anführungszeichen eher vorsichtig zukaufen. Und das bestätigt auch Sentiment, diese Kryptoanalysefirma. Denn die Zahl der Bitcoin-Wahle, also das sind die Bitcoin-Großanleger, auf deren Adressen zwischen 100 und 1000 Bitcoin liegen. Und diese Zahl ist in den letzten 5 Wochen um über 250 Adressen gestiegen. Und das sagt uns, dass die Großanleger tendenziell hier Bitcoins eingesammelt haben. Und das spiegelt sich auch im Check-in-Moneyflow wieder im CMF, das wir hier sehen. Also im Oktober hat sich deutlich Kaufdruck im Bitcoin aufgebaut. Und auch das 50-Tage-Momentum ist hier klar im Aufwärtstrend. Das heißt, der Markt gibt momentan Gas, will nach oben. Und das ist natürlich tendenziell ein gutes Zeichen für weiter steigende Kurse, auch wenn der Bitcoin zuletzt, wie gesagt, leicht überkauft war. Ich denke ganz einfach, dass wir in den nächsten Tagen vielleicht eine kurze Konsolidierung sehen. Die kann auch durchaus etwas ausgeprägter ausfallen. Kurse von 55.000 Dollar kann ich mir durchaus noch vorstellen. Also hier unten bei etwa 50.000 Dollar verläuft auch der 50-Tage-Durchschnitt diese blaue Linie. Und bei etwa 45.000 Dollar auch noch diese 200-Tage-Linie, die jetzt nach oben zu drehen beginnt. Was auch noch ein positives Signal wäre. Und auch der Wochenchart beim Bitcoin sieht sehr viel sprechend aus jetzt. Vor allem auch, weil dieses Bullish Crossover, das wir am 9. August gesehen haben, immer noch intakt ist. Und jetzt eine starke Aufwärtsdynamik entwickelt. Also ein ähnliches Szenario wie im Oktober 2020, als die Kurse dann auch massiv nochmal gestiegen sind. Und das vierte Quartal ist ja traditionell ein sehr starkes Quartal für den Bitcoin. Und ich denke, dass diese Bitcoin-ETF-News erst der Anfang waren. Also gestern hat sich ja schon Grayscale-Chef Michael Sonnenschein auf CNBC geäußert. Und er hat angekündigt, dass man diesen Bitcoin-Trust in einen ETF umwandeln möchte. Und zwar nicht in irgendeinen ETF, sondern in einen Spot-Markt basierten Bitcoin-Fund. Und das würde bedeuten, dass dieser Fund künftig Bitcoins auf dem Spot-Markt kaufen würde. Also organische Nachfrage würde dadurch entstehen. Und das wäre natürlich eine positive Entwicklung für den Bitcoin. Also der Bitcoin weiter im Aufwärtstrend. Allerdings ist der Bitcoin nach den jüngsten Kursanstiegen momentan leicht überkauft. Das bedeutet, das Risiko steigt, dass wir in Kürze eine Konsolidierung beim Bitcoin sehen. Ich rechne damit, dass der Markt nochmal kurz durchatmen wird. Und dann einen Angriff auf dieses Rekordhoch aus dem April bei knapp 65.000 Dollar starten wird. Und über dieses Thema hatten wir ja vor zwei Wochen schon im Krypto-Report gesprochen. Ich blende euch nochmal die Grafik dazu ein. Und wenn ihr bereits registriert seid, könnt ihr euch natürlich diesen Artikel nochmal genau durchlesen. Und wenn nicht, dann ist das die Chance. Und der Krypto-Report könnt ihr euch nach wie vor kostenlos eintragen. Und am kommenden Samstag gibt es dann auch ein neues Thema. Und wir schauen uns dann nicht nur den Bitcoin, sondern auch andere Coins an, die momentan das Interesse der Anleger haben, in denen momentan besonders viel Geld hineinfließt. Und das Thema gibt es, wie gesagt, dann am kommenden Samstag. Kommen wir nochmal kurz zurück zu unserem Hauptthema. Also das Ganze kann nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile haben. Diese Futures-basierten Bitcoin ETFs vor allem für jene Anleger, die neu im Markt sind, sich vielleicht nicht so gut auskennen mit Hardware-Wallets oder einfach nicht die Zeit haben, sich mit der Verwahrung von privaten Schlüsseln herumzuschlagen. Für die Leute ist es ein einfacher Weg, in den Bitcoin zu investieren. Und damit öffnet sich der Bitcoin für ein breiteres Publikum, sowohl unter Privatanlegern als auch für institutionelle Anleger. Und für Anleger ist dann auch tendenziell mehr Sicherheit geboten. Denn diese Terminkontrakte, die an der CME gehandelt werden, sind natürlich reguliert oder im regulierten Umfeld gehandelt. Und das bedeutet tendenziell mehr Sicherheit. Denn ich muss mich nicht an dieser Kryptobörse mit Wash-Trading oder mit Software-Bots herumschlagen, die vielleicht die Preise manipulieren. Diese Risiken entfallen dann. Sondern ich kann hier auf Clearing-Häuser vertrauen, die dann einfach sicherstellen, dass alles korrekt abläuft. Ein weiterer Vorteil ist auch die höhere Liquidität. Denn an der CME ist das Handelsvolumen um 40% höher als jetzt auf der größten Kryptobörse in den USA. Und das kann tendenziell fairere Preise unter Umständen bedeuten. Das muss man dann abwarten. Aber tendenziell ist hier mehr Liquidität vorhanden. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass diesen Futures-basierten Bitcoin-ETFs bald weitere Produkte folgen könnten. Hier sind ja einige Produkte noch in der Pipeline. Ich blende euch die Grafik dazu ein. Also von Invesco, von Valkyrie, von Fanec und so weiter sind ja ähnliche Produkte geplant. Und das könnte natürlich die Aufmerksamkeit der Investorengemeinde erhöhen für das Thema Bitcoin. Und Anleger haben dann natürlich mehr Auswahlmöglichkeiten, in dieses Thema zu investieren. Und ganz wichtig, ich denke, dass diese Futures-basierten Bitcoin-ETFs ein Türöffner dann sind für dann reine, in Anführungszeichen, Bitcoin-ETFs, die dann direkt irgendwann in den Bitcoin über den Spotmarkt investieren. Also Grayscale hat ja das vor, möchte ja seinen Bitcoin-Trust entsprechend umbauen. Und ich denke, dass es vielleicht im nächsten Jahr soweit sein könnte, dass dann ein reiner Bitcoin-ETF auf den Markt zugelassen wird, der dann tatsächlich über den Spotmarkt in den Bitcoin investiert und somit für organische Nachfrage sorgt. Noch ein kurzes Fazit zu diesem ganzen Thema. Also ich werte die Zulassung des ersten Futures-basierten Bitcoin-ETFs in den USA als sehr wichtigen Schritt für den Kryptomarkt als solches und für den Bitcoin insbesondere. Denn damit wird natürlich der Bitcoin für ein breiteres Publikum einfacher zugänglich. Und ich denke, dass das auch ein wichtiger Türöffner ist für dann eine spätere Zulassung eines reinen Bitcoin-ETFs, der dann über den Spotmarkt direkt dann auch in den Bitcoin investiert. Insgesamt unter dem Strich sehe ich das Direktinvestment in die Kryptowährung Bitcoin nach wie vor als Königsweg an. Vor allem, wenn man seine Coins dann in der eigenen Wallet verwaltet, dann kontrolliert man natürlich seine Schlüssel und damit übt man letztendlich die volle Kontrolle aus. Und das ist dann das, was mehr Sicherheit bringt. Und für mich ist das nach wie vor die beste und sicherste Variante, in den Bitcoin zu investieren. Von der reinen Preisentwicklung her, denke ich, steht der Bitcoin vor einer weiteren dynamischen Aufwärtsbewegung. Das hat auch zuletzt der sogenannte MVRV-Score angedeutet, der quasi misst, inwieweit der Bitcoin aktuell eher unter- oder überbewertet ist. Und Charles Edwards von Capriol Investment hat das auf Twitter zuletzt sehr schön dargestellt. Immer dann, wenn dieser Score die Marke von 3 überschritten hat, ging es mit dem Bitcoin parabolisch nach oben. Und das könnte jetzt natürlich wieder so sein. Das muss nicht so kommen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist durchaus da. Und daher gehe ich davon aus, dass wir in den letzten Monaten des Jahres deutlich höhere Bitcoin-Kurse sehen. Aber wie gesagt, das ist nur meine private Meinung, keine Anlageberatung. Dann hätte mich eure Meinung zu diesem ganzen Thema interessiert. Wie seht ihr die Zulassung dieses Futures-basierten Bitcoin-ETFs? Ist das eine gute Sache oder eher nicht? Bitte kurz unten in die Kommentarliste. Ansonsten hätte ich mich über einen Daumen hoch gefreut, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat. Und ihr könnt natürlich wie immer an dieser Stelle meinen Kanal abonnieren und das Glocken drücken. Dann werdet ihr auch informiert, wenn wieder ein neues Video von mir erscheint. Am kommenden Donnerstag geht es dann, wie bereits versprochen, um Koti, um dieses Krypto-Projekt aus Israel. Das hat ja zuletzt auch einige Fortschritte gemacht. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Video.